Wir haben gerade unsere Schlüssel bekommen! Guten Morgen zusammen! Heute ist Montag, der 28. Mai. Und wir haben gerade unsere Schlüssel bekommen! Und jetzt schließen wir auf. Der Bauleiter ist gerade gefahren. Los geht's! Ich stecke ihn rein. Ach Jens! Ich drehe ihn um. Uh, siehst aus! Das fand ich abgeschlossen. Wäre viel cooler gewesen. Achso, das musst du abschließen fürs Video. Okay, jetzt gehört richtig uns. Wir haben noch den Briefkastenschlüssel direkt an den Schlüsselanhänger gemacht. Und wir haben nämlich zwei so coole Schlüsselanhänger. Jens, hallo? Ja? Ist das mal fertig? So, und zwar habe ich den mit dem Manneken und Jens den mit dem Weiblein. Und das, also weil ich habe Jens immer bei mir und er hat mich immer bei mir. Ha, ha, ha. Und das ist unser Haus, ja. Voll romantisch. Wir sind kitschig. Das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft. Ich bin kitschig und du erträgst es. Ja. So, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Küche. Was machen wir? Die Küche. Wir machen die Küche. Also, was machen wir? Wir fließen die Küche, den Küchenboden. Sehr gut. Und im Laufe der Woche kommt einer von der Lüftungsfirma, der die Lüftung anschließt, weil die ist immer noch nicht angeschlossen. Und am vierzehnten nächsten Monat kommt eine neue Fensterscheibe, weil die eine kaputt ist. Da ist immer noch der Riss zu sehen, draußen. Ja. Und die wird am vierzehnten Juni getauscht. Und jetzt legen wir los und müssen diese schönen Fliesen hier auf diesen schönen Boden hier legen. Und am besten auch festkleben. Ha, ha, das wird so witzig. Zwischendurch haben wir jetzt schon mal angefangen, unser Bett hier hochzutragen. Das hat zwar keine Priorität, aber wir wollen zwischendurch auch mal was machen, was uns Freude macht. Und Möbel aufbauen ist eigentlich immer ganz cool. Und wenn man dann hinterher so ein schönes Ergebnis sieht. Hier liegt die Matratze. Ist ja ein Boxspringbett mit Topper. Und das kleine Zeug. Ja. Jens liest gerade die Anleitung. Und dann fangen wir an. Leider ist zwischendurch die Kamera ausgegangen. Und dann, wie ihr seht, sind wir schon fast fertig. Jens baut gerade die letzte Schublade ein. So, das Bett steht, Jens liegt schon mal Probe. Das hier ist der Topper, der auf das Boxspringbett so draufkommt. Also auf die Boxspringbettmatratze. Und hier ist es. Ja? Ist geil. Ich möchte mich auch mal hinlegen. Ja, komm mal hier. Ach, wir haben auch schon die Seiten geklärt. Das hier ist meine Seite. Und das ist... Meine Seite. Ja. Ach. Die ist echt ganz schön bequem, oder? Geil. Gute Nacht. So, Jens erklärt mir jetzt, wie man Fliesen schneidet. Okay? Was ist ein Fliesenschneider? Hier unten ist so eine Diamantklinge. Oder was? Eine Diamantklinge. Aha. Das ist unscharf. Warte. Ja. Wirkst dann hier oben drauf. Also hier. Nicht zu fest. Nicht zu locker. Ja. Dann war's. Okay. Bisschen hoch. Ja. Und wenn das dann genug ist, dann brechen wir die. Brechen? Ja. Gute Idee. Der erste Versuch ist leider nichts geworden. Die ist irgendwie so ein bisschen durchgebrochen. Aber der zweite... Ein bisschen durchgebrochen. Ja. Der zweite hat jetzt geklappt. So, jetzt zeigt Jens mir, wie man die Fliesen legt. Jetzt müssen wir die gleich hin und runter rücken. Heute mal wieder aus dem Bulli, ich stehe vor am Ikea, werde heute Lampen holen, weil das doch schon ab und zu mal ein bisschen dunkler wird und wir haben erstmalig Baufassung überall rein zu machen, machen wir nicht. Wir hängen die Lampen auf, die wir im Endeffekt wirklich haben wollen. Ja, und die Lampen muss ich jetzt holen und das werde ich auch tun. So, magere Ausbeute bei Ikea. Ich versuche mal anzusoomen. Da. Nur Wohnzimmer, über dem Wohnzimmertisch die Lampen habe ich gekauft, weil, naja, ich habe einfach kein Händchen dafür, brauchte ein OK von Jackie und die konnte gerade nicht. Die ist auf Arbeit und bei Ikea ist auch ein mega schlechter Empfang, deswegen ging meine Nachrichten noch nicht raus. Ich bin jetzt zum Baumarkt gefahren, ich hole jetzt noch ein bisschen Fliesenkleber, fahre dann nochmal zurück zur Ikea, denn mittlerweile hat Jackie angerufen und hole die restlichen Lampen. Guten Morgen zusammen, heute ist Freitag der 1. Juni und wir sind jetzt auf dem Weg zum Küchenstudio. Heute können wir nämlich unsere Küche abholen. Wuhu. Und Jens ist voll begeistert. Was? Hä? Oh, da kommt Ines. Guten Morgen, Ines. Die Ines hilft uns gleich beim Küche einladen. Warte, ich glaube, ich muss nochmal richtig, äh, mit Schmackes. Genau. Genauso wie meine Eltern, die helfen auch und ein Kumpel von uns hilft uns auch noch. Wir fahren jetzt erst zum Baumarkt und holen den Transporter ab, den wir uns dann da mieten und dann fahren wir rüber zum Küchenstudio und nehmen euch dabei mit. Es ist jetzt alles abgeholt und steht in unserer Küche. Die Männer packen gerade die Schränke aus und sie ist wunderschön in diesem grünen Ton, oder? Was hast du hier? Ja, mit Rondell, das habe ich mir ausgesucht. Das ist teuer. Ja, natürlich ist das teuer. Einfach Einlegeböden. Kannst du da reinkrabbeln. Ich habe das ausgesucht, weil wir noch Geld über hatten. Ja, nein, das haben wir ja kostenlos dazu bekommen. So, hier, der erste Schrank steht schon so, wie er soll und die Spülmaschine auch. Das ist jetzt der Eckschrank, der ganz in die Ecke muss und dann kommt der nämlich dazwischen. Das ist der Spülschrank. Und, ähm... Richtig feste Reihen drücken einfach, gegenhauen und von unten weit, ja. Sind es fünf? Schatz, sind es fünf? Nein. Nein. Scheiße, scheiße. Ja, warte, vielleicht ist noch einer von denen hier doch kurz. Nö, ne? Die sind alle lang. Bitte. Wir haben das fehlende kurze gefunden. Es müssen nämlich sechs kurze da drunter. Und wir hatten plötzlich nur fünf, aber das sechste war schon hier drunter gebaut. Und das mussten wir jetzt hier wieder raus machen und gegen ein langes Tauschen. Und jetzt haben wir alle passen. Jetzt müssen die langen Beine wieder raus. So, sag ich mir, du musst den Fischer hier mal runter herrichten. Ja, ich hole den Fischer. Wo ist der Fischer? Da ist der Fischer. Ja, ich hole den Fischer, ich hole den Fischer. Ja, lass uns. Und der hier jetzt dazwischen. Der hier in die Ecke rein, hat der auch gut ausgemessen, ne? Hier? Das haben wir ja gar nicht ausgemessen, haben wir geschätzt. Das hat der Kriegenbauer gemacht. Wartet, Vorsicht, ich gehe nochmal kurz wischen. Und der kommt dann jetzt hier hin. Warum ist das ein bisschen grün, Jackie? Was hast du da bestellt? Das ist wunderhübsch, dieses Grün, finde ich. Das lassen wir so. Auch die Nummern da dran. Ja, dann kriegen wir die Flüster noch nicht. Finde ich klasse. Naja, ein bisschen. Hier geht's schon so ein bisschen ab. So geht unsere Schaden. So, okay. Ich bleib' mir vor noch mal drauf hin. So, weil ich hier nicht fertig bin. Backofen ist drin. Wo sind die Rollschienen? Welche Rollschienen? Ja, echt? Uns fehlen Rollschienen, oder? Halt mal fest. Das zieht irgendwo einzeln. Die lassen die hier nicht in den Küken alleine arbeiten. Die kann man alle nicht rausziehen. Nee, das zieht irgendwo einzeln. Okay. Hoffe ich mal. Und das ist der falsche. Also wir haben auf jeden Fall Rollschienen eigentlich. Die Schienen können wir einzeln bauen sogar. Wir haben eine, ja. Wir haben eine Rollschiene. Ja, jetzt noch die Theke und dann sind wir Pferde. Das ist unsere Küchentheke. Hier vom Stühle hin und dann kann man hier dran sitzen. Die Küche steht. Hier ist unser Backofen. Daneben ist... Weiß ich nicht. Ah ja, genau. Das hier ist der Mülleimerschrank. Dann ist da ein Besteckschrank oder sowas. Also einfach ein Schubladenschrank. Das ist so ein cooles Rondell, das ich euch jetzt gerade nicht zeigen kann, weil wir haben gewischt und ich will jetzt nicht mit meinen dreckigen Schuhen da durchlaufen. Da ist der Spülschrank. Da ist die Spülmaschine, die noch höher gemacht wird. Da ist nochmal so ein Schubladenschrank. Und das sind auch zwei Schubladenschränke, auf die eine Platte kommt und eine Rückgewand. Und dann können wir da dran sitzen. Und da sind Jens und Ines. Ja, und hier kommt dann unser Kühlschrank hin. Und das hier sind, weiß ich gar nicht, irgendwelche... Eins wird die Rückwand sein. Genau, irgendwelche Rückwände, Rückwände, Hängeschränke haben wir auch noch zwei Stück. Das ist der da und der da. Und dann haben wir noch unsere Dunstabzugshaube und das Ceranfeld. Und das ist die Arbeitsplatte und da hinten ist die andere Arbeitsplatte. Ja. Und das ist die Arbeitslose. Und das baut Jens morgen auf, ne? Ja. Super! Der Auszug ist nicht da. Welcher Auszug? Für den Backofen. Ja, wir wollten ja beim Backofen so Rolldinger haben, dass man das Blech so rausziehen kann. Aber da war jetzt nichts, jetzt nicht zumindest im Backofen selber. Also vielleicht liegt es noch irgendwo in diesen ganzen Tüten oder Kisten. Aber wenn nicht, dann gibt es Schläge. Habt sie sich mal nach. Genau. Hi zusammen. Es ist jetzt abends. Wir haben heute die Küche geschafft aufzustellen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das Endergebnis gezeigt habe, aber es sieht sehr schön aus. Also wir haben sie geschafft an jedes Ding an seinen richtigen Platz zu stellen. So und morgen wird die natürlich dann noch letztendlich richtig aufgebaut, die Arbeitsplatte zugesägt und so weiter. Das zeige ich euch dann morgen. Wir haben auch in den letzten Tagen mega viel gemacht und ja, ich habe es irgendwie überhaupt nicht geschafft, immer zu filmen vernünftig. Ich zeige euch also morgen einmal dann, was wir in den ganzen letzten Tagen so gemacht haben. Jetzt nur eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich gleich ein kleines Geschenk für Jens und das wollte ich euch einmal kurz vorher erzählen und dann filme ich auch seine Reaktion. Und zwar hat er ja so ein komisches, wie heißt das, ach verdammt, eine Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine. Ja, ich glaube irgendwie so. Und die war kaputt, also die gehört seinem Vater und die hat einen Wackelkontakt. Wartet, ich gucke mal eben ganz kurz nach, wie das Ding heißt, was ich ihm jetzt gekauft habe. Und dieser Wackelkontakt ist halt mega nervig, weil ja, dadurch funktioniert das halt irgendwie gar nicht vernünftig, wenn er dann was umrühren will. Also mit dieser, wie hieß das, was er vorher hatte? Ich glaube Schlagbohrmaschine hieß das, was er vorher hatte und da steckt man dann so einen Pin rein und den kann man so als Rührstab benutzen. Und das ist so praktisch für den Fliesenkleber, allerdings ist der Rührstab zum einen sehr klein und das ganze Ding hat halt eben durch den Wackelkontakt auch, das hört einfach zwischendurch auf, ist mega nervig. Ja, also auf jeden Fall habe ich ihm jetzt einen Schlagbohrhammer geholt, heißt das so? Ne, also einfach nur einen Bohrhammer, nicht Schlagbohrhammer, einfach nur Bohrhammer. Der war nämlich runtergesetzt von 180 auf 118 Euro und das musste ich dann unbedingt kaufen. Da hoffe ich auch, dass ihm die gefällt. Das ist eine Makita und ich habe ihm dann natürlich auch gleich einen passenden Rührstab noch dazu gekauft und auch die richtigen Bohreraufsätze. So, auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, er hatte mich nämlich gebeten, dass ich ihm für diese kaputte Schlagbaumaschine, die er hat, mal einen neuen Rührstab im Baumarkt besorge. Allerdings passt der Rührstab aus dem Baumarkt nicht auf die Makita, auf die neue. Und da hatte ich die schon bestellt, also habe ich ihm natürlich diesen Rührstab jetzt nicht gekauft. Jetzt habe ich aber ja einen Rührstab für die neue Makita geholt. Der ist hier in diesem Karton und jetzt werde ich das gleich so machen, dass ich ihm den zeige und sage so, hier, ich habe den für dich bestellt, du wolltest doch einen größeren Aufsatz zum Umrühren. Und dann wird er wahrscheinlich, hoffentlich feststellen, dass es der falsche Aufsatz ist, also dass das auf seine Schlagbohrmaschine ja nicht draufpasst. Und dann gehe ich rüber in den anderen Raum und da habe ich dann den Bohrhammer versteckt und den hole ich dann und sage so, ach ja, dafür brauchst du ja auch noch das hier. und dann halte ich ihm das hin und her. Ich filme das alles, also ich hoffe, dass er das nicht merkt, dass ich filme. Das wäre natürlich ein bisschen cooler. Ja, jetzt muss ich ihn gleich abholen, so in 15 Minuten fahre ich los und dann werdet ihr es ja gleich sehen, ob er sich freut oder nicht. Und ja, hihihi. Jens? Kannst du einmal runterkommen? Ich habe ein Geschenk für dich. Warum? Nur so. Jetzt dich. Das ist krass. Das ist leicht. Uuuuh. Ist der gut? Ja. Ist das der Richtige? Der hat Schnellspannfutter, aber das ist egal. Bei mir kann man alles einspannen. Ist das deine Maschine? Ja. Cool. Der ist groß. Und der ist voll der doppelt gewunden. Warte mal, ich habe noch was. Warte, warte, warte. Traust du mich jetzt? Ja. Das ist ja eigentlich blöd, ne? Wenn man extra so ein Ding hat und dann passt das gar nicht so richtig. Zu richtig ist auf. Ja. 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 Die habe ich auch noch gleich dazu geholt. Sind das die richtigen? Das sind auch mit so einem SSD-Futter. Ja. Die sind anmessig. SDS. Ja. Habe ich jetzt gelernt. Ist das gut? Echt? Wolltest du den? Ja. Jetzt ist deine endlich. Erlöst. Ja. Die hat doch auch einfach nicht mehr. Die konnte doch nicht mehr. Die ist auch bestimmt 40 Jahre alt. Ja. 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 Ich hoffe, man hat es überhaupt gesehen. Weil ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig gefilmt hat. Aber er hat sich auf jeden Fall gefreut, oder? Ja. Ja. So ist mehr Sound. Das macht mich ganz schön heiß. Ach, ich muss das mal ausprobieren. Ich ziehe ja bald aus. Findest du nicht auch, dass hier ein Durchbruch hin ist? Nee, das ist ja Stromkasten auf der anderen Seite. Das wäre nicht so praktisch, nee. Echt jetzt? Du nimmst deine Baumaschine mit aufs Bild. Ohne Name. Ohne Name. Wir wollen ja hier keine Schleifwerbung machen. Also. Das war unsere ereignisreiche Woche. Wir haben super viel geschafft. Wir haben das Schlafzimmer fertig gekriegt. Die Küche gefließt. Abgeholt zum... Ach, genau. Genau. Die Küche gefließt, abgeholt und soweit hingestellt. Das Wohnzimmer zwei Drittel gefließt. Und das Gästezimmer auch noch gestrichen. Ja. Also es war echt eine krasse Woche. Ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich wollte euch ja eigentlich nochmal zeigen, wie der Rest alles geworden ist. Aber dann wird das Video wieder zu lang. Das mache ich dann nächste Woche. Ich schneide heute Abend das Video und dann kommt es morgen hoffentlich online. Und dann nehmen wir euch dann eben... Zeigen euch die Küche, wie sie aussieht. Genau, das zeigen wir euch dann eben im nächsten Video. Weil das wird sonst wieder alles zu lang jetzt hier. Und dann zeige ich euch, wie man richtig bohrt. Mit diesem Ding hier. Okay, dann war's das. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier oben. Abo. Genau. Falls ihr Lust habt, in der Zwischenzeit unsere Videos zu sehen. Hier ist das letzte davon. Und dann bis nächste Woche. Jo. Tschüss. Tschüss. Dann orphern. Tschüss.